Welche Sprachen sind das? Französisch Chinesisch Griechisch Hindi Thai oder Thailändisch Niederländisch Und noch einmal Französisch Chinesisch Griechisch Hindi Thai oder Thailändisch Und Niederländisch Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao! Tschö, Tschö! 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 Untertitelung des ZDF, 2020